Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Sofort, neben mir und mit mir dem Herrn gleich. Hä? Das sieht so aus, als würde ich dir auch den Mund, ne? Ja, ist so. Was? Ist so auch so. Echt? Ist so auch so ein Feature. Was? So, ja, heute wieder einige neue Items. Wir fangen auf der rechten Seite an, wieder mal. Wir sind hier beim WarTalk und ja, wir geben jetzt keine Noten. Was hältst du von dem WarTalk? Ja, ist nicht gut. Ja, ich finde den mega kacke und das hier sind auch die, ups, wo sind die Noten? Da sind die Noten. Ich finde, der sieht auch ziemlich scheiße aus und 1 gemacht 8 von 5 spricht für alles. Also, brauchen wir nicht länger drüber nachzudenken. Boxenstopp! Was hältst du von dem? Cool. Finde ich eigentlich auch ganz cool, Boxenstopp. Sieht eigentlich ganz nice aus. Boxenstopp ist der Cabby, ne, das ist ja gar nicht der Cabby, das ist der Whiplash, genau. Äh, wo ist es hin? Da, das muss ich hier rüberziehen, sonst geht es nicht. So, der Whiplash, hier. Was haben wir da? 4,4 von 5 bei 49 Votes. Jo, dann sind wir beim Stumpfi. Die neue Picke. Die neue Picke, was hältst du davon? Gefällt dir nicht? Ne. Wir finden die eigentlich ganz cool irgendwo, so ein bisschen. Oh, da fliegen Blätter sogar weg. Auf, weiter. Also, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie eure Noten dafür ausfallen. Oh, du heilige. Guck dir das an. 5 von 5 bei 2 Votes. Ja, die Leute, die haben Geschmack. So. So, dann sind wir beim Taxifahrer. Das ist der Cabby. Ja, nicht so gut. Ich finde ihn so ähnlich wie Whiplash, muss ich sagen. Du nicht. Ähm, Cabby. So, Cabby haben wir hier 3,58 von 5 bei 12 Votes. Okay. Dann sind wir beim gut geölt. Der ist echt cool. Ich finde den mega fett irgendwie. 10 von 10. Da gibst du wieder Noten. Ja. Das Ding ist auf jeden Fall mega fett. Ich finde den auch richtig cool. Und, ähm, das ist hier der Overdrive. Und der Overdrive hat hier tatsächlich 4,07 von 5. Mega geil. Okay, let's go. So, dann sind wir bei geschmeidige Moves. Smooth Moves. Was hältst du von Smooth Moves? Sehr gut. Auch geil, oder? Mhm. Finde ich auch mega geil, Smooth Moves. So, und... 4,62 von Moves. Von 5. So, jetzt kommen wir zu den neuen Skins und Gleitern und so weiter. Benzin. Setzt du von wem? So, Benzin. Da haben wir in 4 verschiedenen Stilen. Äh, lass es wenigstens mal richtig aufklappen. Ey, man sieht das gar nicht mal richtig. So schnell wie du das machst. Ja, ich würde sagen, ist ganz gut eigentlich. Mich erinnert das Ding so ein bisschen an Star Wars. An diese... X-Men. Ne, an diese Gleiter da, wo der Kleine damit die Rennen gefahren ist. Ach so, die Potts. Genau, die Potts. So, lass mal gucken, da haben wir doch bestimmt schon irgendwelche... Fuel müsste das dann eigentlich heißen. Fuel ist das, ja. Fuel ist rechts, genau. Äh, 2 von 5. 2 von 5, nicht gut angekommen bis jetzt. Ähm, der Fleischer, der ist ziemlich geil. Also hier, die Picke, darf ich mal wieder ganz kurz... Gib mal bitte her, ich möchte es mal zeigen. Gib doch mal bitte her. Nein, das meine ich nicht. Ich finde, das sieht... Erstens sieht es aus wie ein Pferd. Und man sieht hier auch da dieses Ding, das sieht aus wie so ein Auge. Das ist eigentlich mega cool, das Ding. Also diese Picke, finde ich, sieht mal echt mega nice aus, irgendwo. Ja. Gut, ist ja gut. Was hältst du von den Picken insgesamt gesehen? Ist schön. Das ist der Mauler, ne? Ah, richtig. Ja, ähm, weniger gut angekommen auch hier. 2,17. 2,17 von 5 bei 12 Votes. Und dann sind wir beim letzten. Das ist hier der Besti-Core. Sind wir, ja. Und der Besti... Was ist denn jetzt passiert? Ach so. Der Besti-Core, also sorry, aber das sieht so... Ich finde, das sieht so scheiße aus irgendwie. Ich glaube, wir haben vorhin mit einem zusammengespielt, der hat sich den geholt. Und der ist ein Sniper, klassischer Sniper, der gemeint ist geil, da siehst du an der Antenne immer, wo der Sniper ist. Ja. Er selber ist der Sniper und holst das Ding. Ähm, was haltet ihr von den... Komm, okay. Zeig den Noten. Ich habe doch noch nicht mal den letzten Skin gezeigt. Also du hast noch gar nichts in den Druck. Nein. Einfach zack, zack, zack. So, ähm, ich finde die alle schrecklich grausam. Ja, ich auch. So, und ich bin mal gespannt, äh, Besti-Core, äh, ne, Beast Mode heißt das Ding hier. Oh mein Gott. Beast Mode. Auch hier 2,67 von 5 bei 12 Votes. Hammer schlechte Benotung. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich wünsche dir das Fortnite Daily Shop mit uns beiden. Bis dann und tschüss.